Erwin Angerer von der FPÖ. Hohes Haus, geschätzte Damen und Herren. Die kulturellen Leistungen des Burgdaters mögen nicht in Frage gestellt werden. Aber wir reden ja über die Geschäftsgebahrung in diesem Haus. Und es ist die Frage gestellt worden, wer ist für diesen Schaden und für diese Malversationen verantwortlich. Und ich sage es ganz einfach, die Antwort ist ganz einfach. Sie, Herr Mayer, nicht in Person, aber Sie als sozialdemokratische Partei tragen die Verantwortung für diesen Schaden und für diese Malversationen. Und Sie haben heute schon einige Dinge vorgelesen aus diesem Bericht. Und dass nicht nur dort in Millionenhöhe Zahlungen geleistet wurden, ohne einen Beleg dafür zu haben, dass dort Geld aus der Kassa, wie es so schön beschrieben wurde, die Vermögenssphäre des Burgdaters verlassen hat. Das heißt, das hat sich jemand offensichtlich angeeignet, ohne das zu dürfen. Und hat dann halt keinen Beleg hineingelegt, wie er das herausgenommen hat. Das sind ja nur Fortsetzungen von offensichtlichen Dingen, die dort üblich waren. Und wenn man schaut, wer bis 2008 dort auch mit Geschäftsführer war, nämlich der heutige Kulturminister, der Herr Trotz da. Und wenn ich dann im Bericht lese, und jetzt lese ich Ihnen zwei Schmankerl vor, der frühere kaufmännische Geschäftsführer zahlte sich selbst unter Missachtung des Führaugenprinzips im August 2008 zusätzlich 9.400 Euro für nicht konsumierte Freizeit aus. Also für nicht konsumierte Freizeit hätte ich auch ganz gerne einmal 9.400 Euro. Oder zweites Schmankerl, die Burgtheater GmbH leistete im Jahr 2008, also zum Zeitpunkt, wo der Herr Trotz dann noch Geschäftsführer war, Prämien in Höhe von insgesamt 40.000 Euro an die beiden Mitglieder der Geschäftsführung, ohne diese an das Erreichen bestimmter von Eigentümern vorgegebener Ziele zu binden. Also offensichtlich, offensichtlich war es ja wohl gang und gäbe dort schon, dass man dieses Burgtheater als Selbstbedienungsladen sieht. Und Ihr heutiger Minister war damals Geschäftsführer in diesem Haus. Und wenn heute die Frau Durchschlag sagt, sie hat die Hoffnung in den Herrn Minister, trotz da solche Vorkommnisse nicht mehr passieren in einem Burgtheater, wo er damals Geschäftsführer war, da muss ich sagen, ich will es jetzt nicht lächerlich bezeichnen, aber es ist ja fast eine gefährliche Drohung. Und wenn ich den Herrn Trotz da im Ausschuss, im Rechnungsausschuss frage, ob er vielleicht den Zeitraum auch zu seiner Zeit vom Rechnungshof prüfen lässt, damit man auch vielleicht unberechtigte Vorwürfe jetzt von mir auch aus der Welt schaffen kann, war die Antwort auf meine zweite Nachfrage, nein, er wird das nicht prüfen lassen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Und wer waren die zuständigen Minister? Die Frau Claudia Schmid von 2007 bis 2013. Die Frau Claudia Schmid kennen wir ja auch noch aus der Kommunalkredit, dort, wo sie vorstand. Und in ihrer Zeit hat der Kommunalkredit, den nehmen wir auch aus dem Rechnungshofbericht, durch die Verstaatlichung einen Schaden verursacht von 12 Milliarden Euro. Wir wissen noch gar nicht, ob die Hypo so viel kosten wird. Aber bei der Kommunalkredit wissen wir es, dass die 12 Milliarden Euro gekostet hat. Und von der redet niemand. Die wird immer so beiseite geschoben. Und bevor sich die ÖVP zu früh freut, wenn der Bericht, also wenn der Rechnungshof die Zeitraum davor auch noch prüfen würde, dann haben wir vielleicht die ÖVP auch noch mit dabei. Weil damals war die Frau Elisabeth Gera verantwortlich seit 1995. Also ich würde mich freuen, wenn Sie diesen Antrag von uns zustimmen würden. Und der Rechnungshof auch die Zeit vor dem Herrn Trotz da, also vor 2008, noch einmal prüfen wir den Burgtheater. Danke. Sagt Erwin Angerer von der FPÖ.